ich muss das fichter irgendwie von der decke holen und wie macht man das im besten mit einem bogen 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 oder am brosch kommt am brosch nein ich habe keine jetzt mehr mit einem ah jetzt ja die brauchen wir nicht mehr was soll das hat da oben holst du her kein bau irgendeiner hat mich bestimmt gesehen die dinger sind so ja ich habe mich Weißt du was? Nein. Ja. Ich muss mich jetzt zeigen. Okay, ich weiß es richtig. Die sehen so geil aus. Oh hey. Diese scheiß Viecher. Da ist nochmal eins. Das ist echt mies die Dinger hier. Aufzustellen. Das ist so richtig, richtig mies. Aber ich glaube wir haben jetzt alle und es wird echt Zeit die Seelen rauszugeben. Wir waren ja hier. Da waren wir auch schon. Wobei. Könnten. Könnten. Könnten wir ja auch schon richtig. Jetzt kommen wir ja auch in die andere Türen. Wir haben aber immer noch keine. Höfst 3. Höfst 3. Höfst 3. Höfst 3. Höfst 3. Das ist echt krass. Jetzt kann ich eigentlich komplett durch. Was kann das? 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 30. Oh, Crest Sheet. 34. 58. 80. Magic. Auch nett. Wir nehmen das. Warum steht der noch? Okay. Ich glaube ich sterbe. Das ist durch die Wald. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Warum wusste ich, dass das einer ist. Was gibt es hier? Titanite Shunk. Okay. Ja, nur als kommt. Okay, einer tot. Das ist gut. Ja klar. 48 Vögel. Holen wir noch ein paar dazu. Okay. 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 ich weiß nicht. Ich brauche unbedingt irgendeinen Zauber für hier, der diese Viecher. Oh, das ist schnell. Oh, das ist schnell. Oh, das ist neu wach. Ich glaube der eine kam von da vorne. Ja. Müssen wir den erstmal. Ach. das ding war echt scheiße Weitzeit matchen kann man jetzt bestimmt wieder vögel ja vöglein, vöglein, seid mal tot Hollowed Ember, ok Was ist eine Hollow Ember? Was ist eine Hollow Ember? Secrete White Ember, infused with the remains of Zen's discarded soul Tradition that a deity soul Fire must be handled only by a truly reverend Blacksmith Thus Ember gleams with the pure light of the Gotham of the Forge And then, was, why, then? Das, it feels so cold Ok, tja Die bringen wir dem Kollegen mal Wir haben ja alles Wir auch Jetzt müssen wir nur noch da hoch Aua Was waren die zwei? Ok Was waren die zwei? Ok Die tot Yes Soul of a Doom Thief Titanite Slap Hund Mhm Wished he was so Boost, Power, äh, Poise, Wusstum, Pyromancy, auch da, ok, ah, Used to become deadly when weak. Aha. Okay. Die brauchen wir erst mal wieder mit. Auf der anderen Seite waren wir, meine ich, ja, waren wir schon. Ja, durch nichts. Das heißt, wir können da einfach mal runter. Okay. Stirb. Sunlight Alexius, sehr schön. Oh, da ist schon noch mal eine. Aber. Wir gehen ja hier, lad. Wir gehen ja hier. Wir gehen ja hier. Wir gehen ja hier. Warum kriege ich da nichts? Wir gehen ja hier. Wir gehen ja hier. Wir gehen ja hier. Ja, das können wir jetzt mal probieren. Wir pumpen das Feuer. Und gucken mal, was da passiert, wenn ich hier ein bisschen am Leben wohne. Oder? Oder? Ja. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. so kann man so aus welchen und jetzt geht ja mal nichts nach klasse freut man sich doch nicht so richtig drauf gott dem himmel guck mal ja ja kleine feister das klingt aber auch jedes mal das ist einfach nur unglaublich ok mal gucken was uns da erwartet das scheint mir anrund ja 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 holla da haben sie gleich mal eine Nummer größer hingestellt wunderbar ja kommen wir mal raus gut gut Okay. Wie sieht denn die wieder aus? Ja, wir brauchen jetzt glaube ich ein bisschen Widerstände. Ich probier das mal. Ja. Oh, das ist immer so lange dauert. Kann ich jetzt wieder gehen? Nein! Nein! Müssen wir hier das Ding abschneiden, denke ich. Sollen wir es mal probieren? Wow, das hat die Wege getan. Oh. Oh, wow. Okay. Mal gucken. Ich habe irgendwie nie Ausdauer, ey. Ja, aber ihr Schwanz ist wohl schon abgeschmitten. Ja. Ja. Soul of Priscilla. 30.000. Ja. So, und wieder Graswappen. Und das können wir eigentlich gegen was tauschen. Boosts Auxury haben wir nicht. Das haben wir schon drin. Mal wieder aufbringen. So, jetzt haben wir hier aber einen Haufen von den Typen und die stehen da irgendwie alles sehr nah beieinander. Und dann? Ja, klar so. Ja, klar so. Okay. 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 Was haben wir hier? Black! Great! 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 Haben wir auch schon. Kann ich die mit zwei Hand direkt ins Jenseits befördern? Und? Nein! 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 Es wird natürlich schön. Okay. Den haben wir auch. Da gibt es nichts. Sonst hier auch nichts mehr. Da müssen wir ja nur noch heil rauskommen, ne? Irgendwie kann man sich nicht an die Typen dran schleichen, weil sie einfach sterben. Kann ich mich an dich anschleichen? Oh ja, Heilung. Ohhhh. So. Wurfmesser. Und was haben wir hier noch? Ah, da ist noch einer. Ja. So. Jetzt brauche ich noch einen Bonfire. Aha. Oh, nicht diese fliegenden Hainys. Schöne. Hm. Gibt's ja gar goals. Gibt's ja gar goals. Gibt's ja gar goals. Ich renne da jetzt einfach mal durch. Hm. Woah. Erstmal zum Bonfire. Ja. Ja. Selbststrich die Mauer. Probiert das. Okay. Ja. Ich habe noch alles beim alten. Das sieht gut aus. Aha. Ach, da ist er. Das können wir jetzt auch mal updaten. Perfekt. Dann haben wir nämlich einen erhöhten. Hm. What is it? What am I? It- Gut. So, jetzt gehen wir mal die Glut abgeben. Ich hoffe, ich kann mich da wieder hinterliefertigen. Ah, ja, ist super. Ja, ich muss ja da lang. Ich wollte jetzt schon eine Stufe tiefer. Oh, dann geben wir sie wieder. Und das noch? Da sind zwei Typen von Weapon-Forgung. Wir haben eine einfache Aufgabe für einen Blacksmith. Hell, du kannst es sogar machen, aber Ascension ist das Territory von Wee-Blacksmiths. Ein Smith-Box einfach nicht der Trick. Start mit Reinforcement. Wenn das die Charme verliert, kannst du es als Sieg. Okay, was hat er denn? Mein Gebot, wenn man noch die Selben suchen. Okay, wenigstens noch ein Weapon. Nein, Modify. Blessed Claymore 6. Jetzt können wir da ein bisschen höher gehen mit White. Jetzt machen wir doch auch mal. Gott, hab ich wieder da drin. Nee, jetzt brauchen wir White, Titanite, Chunk. Was hat denn die Waffe jetzt? Damage, Damage, 397. Okay, klingt nett. Gut. Dann machen wir mal zurück. Ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit mehr ein Lied tun, bis wir abzustören. Ja. Ich glaube, das machen wir dann auch als nächstes. Ja. 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 Ja.